so ich habe mich um die ratten jetzt gekümmert und jetzt kommt nur noch der rest von dem zweiten tag hier oder der ersten nacht oder wo auch immer ich bin gerade es kann sein dass es jetzt leicht wieder höhlung kommt jetzt aber schauen wir mal wie das hier heute geht ich hatte ein kleines aufnahmeproblem aber das habe ich jetzt hoffentlich gelöst ach siehst du da kommt oma wieder und einfach durch die geschlossene tür ein ich weiß nicht ist das schon spuk oder ist es noch glitsch kann ich ihnen helfen madame das kann ich nicht ...wadabbed. Ja, das ist gut. Ach so, das ist wieder der Typ, dem ich das Zeug bringen soll. Okay, das war ja so spannendes Gameplay schon das erste Mal. Ich geh hier längs, muss ich nicht jedes Mal hören, wie die Tür aufgeht. Gameplay, ups. 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 Gameplay. Gameplay, ups. Gameplay. Das ist echt ein bisschen ungünstig, dass man hier nicht abspeichern kann, weil dieses langes Spiel, jedes Mal wieder von vorne anfangen, ist irgendwie ungünstig. Zumal hier dann auch immer so Wartezeiten eingebaut sind, wo da nichts zu tun ist. Achso, jetzt geht das wieder los, ja. Oh, da steht ein Kind. Ah. Okay. Ich habe einen guten Blick gehabt. Aber ehrlich, wenn ich hier arbeiten würde, ich würde meine eigene Musik mitbringen, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, 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 ehrlich. Und alles laufen so langsam wie hier. Ist das so in Japan? Jetzt alle laufen wie der Tallman aus Phantasm. Okay. Das stand eben ganz sicher noch nicht da. Ah. Musik Und nun? Und nun? Was? Jetzt geht's nochmal von vorne los. Okay. Ah, jetzt geht's weiter. Gut, das waren erst zehn Minuten. Also versuchen wir noch einen Tag. Gut, wir haben nix hier, was wir machen müssen, außer den Regenschirm nehmen. Und die Taschen dann benehmen. Und habe plötzlich ein Paket. Und wieder eine Videokassette. Ich glaube, ich muss rein summen, ne? Ja, summen wir mal rein. Reingesucht! Und hier geht's. Und hier geht's. Und hier geht's. Und hier geht's. So, jetzt versuchen wir einfach mal, nicht die Orientierung zu verlieren. So, jetzt machen wir das. So, jetzt machen wir das. So, jetzt machen wir das. So, jetzt fehlt Fritza wieder. So, was ist hier? So, was ist hier? So, was ist hier? Dann kann er da so lange noch Kunden bedienen, während ich hier arbeite. Hier vielleicht? Hier vielleicht? Ah, hier hin. So, jetzt machen wir mal andere Musik als gestern. Was ist hier? Was ist denn Spaß, Vogel? Hier, sperrt mich hier ein. Ah, steht immer noch da hinten. Okay. Die gehören bestimmt hier rein. Okay. 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 We'll just quickly check the outside units and head right out. What? What? Someone's been sending you VHS tapes? That sounds like a perfect idea for a horror flick. Hmm. It's probably just a prank, bro. I doubt it's anything. I mean, come on. It's just a video. I mean, come on. Ah. Dann gucken wir mal, was Hamada da draußen treibt. Mal hinten die Tür am besten so. Ach, die ist so gut. Fährt die schon weg? Allewag da unten. Hmm. We'll go. Oh. So. Oh. 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 Okay. Die Schlüssel wird flacken. Okay. Äh. Hey! Are you the only one working here? I can't believe this. What kind of manager puts a girl on a midnight shift alone? I see you. I have no choice. Well, at the very least, I'll give you my protection charm. Now be careful. Okay. Kann ich schaden. Was ist da bloß passiert? Okay. 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 So. Oh, was. Was ist da los? Oh, ich hab doch sogar einen Schlüssel. Toll. Monster-Klos wollen mich umbringen. Ja, super. Scheiß Kinder. Ah, hier ist gar keiner. Okay, langsam wird's ein bisschen gruselig. Mal gucken, wahrscheinlich ist so wieder dieses Kind, was ich da gestern gesehen hab. Okay. Vielleicht auch nicht. Ha. Okay. Okay. Gut. Glaube. Wir gucken mal hier hinten, was hier los ist. Ah. Mmm. ein bisschen aufräumen und das hier aufräumen Talismans Okay, gucken wir mal Exercise the door Okay, das ist so viele ganz viele Videotapes hier ist er vier und das ist der Manager Okay, das ist er Jetzt glaube ich auch wieder ein guter Zeitpunkt, um eine kurze Pause zu machen und beim nächsten Mal weiterzumachen. Es sind auch schon wieder fast eine halbe Stunde. Okay, das war Teil 3, glaube ich. Teil 3. Und dann machen wir das nächste Mal weiter. Vielleicht bis zum Ende. Ich weiß es nicht. Mal schauen.